Wir unterstützen Bauprojekte von kommunalen Genossenschaften oder auch Mehrgenerationenhäuser. Wir sehen nicht einzelne Bauprojekte, sondern wir sehen die Innenstadt als Ganzes. Dazu gehört natürlich der Rathausneubau, nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch für eine effiziente Verwaltung etc. Genauso, dass jemand sich gefunden hat, die Knechtschen Hallen zu sanieren, ist ein absoluter Glücksfall für die Stadt. Was wir nicht so gut finden, ist die Steuerverschwendung bei den Fahrradstellplätzen am Rathaus. Der alte Güterschuppen, der keinem Denkmalschutz unterliegt, soll für 1,5 Millionen Euro saniert werden. Für den Preis bekommt man sogar fast Parkplätze in Parkhäusern für Autos. Für uns haben im Moment die größte Priorität der Ausbau von Schulen und Kitas. Bei Bauprojekten sind wir der Meinung, dass die Berliner Straße ihren Status der Bundesstraße verlieren sollte, um einfach mehr Verkehrsberuhigung in das Quartier zu kriegen und keine Hauptstraße direkt vom Bahnhofseingang zu haben. Wir möchten letztendlich das neue Quartier, der neue Stadtteil, der in der Innenstadt entstehen wird, soll für uns richtig belebt werden. Wir möchten gerne, dass dort Einzelhandel, kleine Gewerbebetriebe gemischt mit Wohnen sind, um dort auch kurze Wege zu haben und eine belebte Innenstadt. Wir wollen einerseits Nachverdichtung ermöglichen, also in der Stadt, da wo noch Flächen bebaubar sind, diese auch ermöglichen. Neben dem Stadtumbau natürlich im Bereich Vormstegen, wo auch sehr viel Wohnraum geschaffen wird. Und dann sehen wir als nächste große Fläche und als diejenige, die überhaupt noch zur Verfügung steht, den Bereich Papenhöhe, wo ein neues Wohngebiet in den nächsten Jahren geplant werden muss, damit dann auch in der weiteren Zukunft dort auch zusätzliche Wohnmöglichkeiten entstehen. Wir müssen in die Innenstadt, wir müssen im Quartier Bahnhof Ost, da gibt es genug Flächen noch, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, genauso wie in der Königstraße. Wir müssen halt auch da flexibler werden. Wir dürfen nicht mehr vorschreiben, dass auch noch im ersten Obergeschoss in vielen Bereichen noch Gewerbe angesiedelt werden muss, sondern da muss Wohnraum hin, Büroumnutzung hin zu Wohnraum. Das sind Dinge, die wir angehen müssen, wo wir aber als Stadt, gerade in der Bauaufsicht, viel, viel flexibler werden müssen.